für den download link Pasi hat wohl gar keinen Bock mehr er hat doch gesagt er muss kurz weg jetzt versuche ich mal das mieser texture pack mieser, achso ja ich glaube jetzt schmiert Minecraft ab, weil ich das zu oft gewechselt habe das texture pack übelst geil übelst scheiße ja, crashed sauberin, wieso machst du so was weil lass doch einfach kein texture pack drin dann wirst jetzt zwar voll paralysiert paralysiert aber paralysiert ja, man wird paralysiert von den text von den text von den tollen laps der zuliebe ha sieht so nice aus das texture pack toll springst du mir gerade und wir haben es immer noch nicht geschafft apropos Pasi und da oh ha wie hä tja kauf dir neues Minecraft ha 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 ja ha der war gut ha okay wir sehen uns wieder sprung nein, ich hänge mal dran, das ist scheiße dieser sprung ist kacke ok 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 gott Papa sie ist qualität ist mal wieder so retro premium schild Gott können wir so Pausen machen nein, ich bin ganz voll weit dann hättest du es wieder machen muss nein, auch aber äh, René, hörst du Florian auch so komisch leiten mit Kräuteln ja, dich genauso ha, super nein genau so hörst du dich an Pasi i ja, ekelhaft also ich höre, ich höre jetzt so die Guide-Verbindung ist eigentlich in Ordnung Konsolen merkwürdig oh man so, hier das Tech-Chapac halte ich nicht mehr aus ok und wieder dieser Sprung der erste Leder ok so hört dich meine Stimme an nein nein ich bin jetzt schon voll auf zu diesem komischen Sprung gekommen Pasi ich auch ach Gott also wenn ich den wenn ich den zweiten geschafft hab, dann schaue ich es eigentlich immer bis dahin ja, wenn du den dritten geschafft hast meinst du nein, wenn ich den zweiten geschafft hab, dann dritten schaue ich dann auch immer jetzt, also so seit drei Versuchen oder so oder vier sauber das war jetzt mal übelst fail ah, jetzt werde ich den Stimme wieder ok ja, die hört sich aber deine nicht sauber oh Alter ich krieg die Krätze oh ich hasse diese Challenge es ist nicht gesprungen hat aber wenn man es auf dem Block schafft, dann schafft es auf einmal jeder, ne ist so also René das ist irgendwie nicht das ist irgendwie nicht das ist irgendwie nicht gesprungen das ist irgendwie nicht gesprungen jahre 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 ich bin ich springen Leute, der sich gespringt das ist also deine Stimme ist wieder normal ja Frau Florian Florian ist jetzt Porno nein ey, aber du bist auf dem Sprung hier gelandet, Flo also bist du nicht komplett runtergefallen ja, aber jetzt ist also ein kleiner Sieg okay, Flo den du da verkackt hast, ne ich hätte in das Gefühl, dass ich nicht gespringt bin ja, sah auch irgendwie so aus ich glaube, ich bin nicht gespringt ey, 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 ich hab' immer an Fasis' Gesicht dran guck mal, der hat vor dem Kind, vor das Kind mach' mal so nach oben, mach' mal so nach oben guck' mal Flo mach' nach oben der hat vor das Kind das ist doch gut und ich hab' nur Unterhose wenigstens, besser wie du muss mich gar nichts dann ich hab' was an ich hab' wenn ich mein T-Shirt an im Gegenteil hat nur eine Hose Mann, das soll man noch wissen ich frag' mich, ob der darunter auch nur Unterhausen hat dies bestimmte Teilzerristen schon so groß so groß wie ich seit jedes Mal so anti-sachen für den Halt noch zurückliegt also, weil wieder rauskommt ohhhh, okay, das war umzu hast du schon mal irgendwo im Film gesehen, dass er dann gesagt hat war das war ein Witz passiert die die das nicht gerichtet den er hätte es nicht zerstören müssen Nein weiß' ob wie nicht das ist da wird es zerstört ich zerstört, oh Gott, oh Gott, oh, 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 das ist das oder ich wenigstens jetzt weit kommt es gibt mir den Ansporn darauf weiterzumachen er hat das wirklich ansporn der Flur Prozent auch zurück das hat den zweiten Sprung bestimmt auch irgendwann so man muss ich mal denken wie es in mir die Motivation von René ist der ist er damals ansatzweise weit gekommen für die Motivation die ganze Zeit in dem wir so weit kommen ne in dem du sagst das schaffst du nie das hast du nie nein muss das an die Leiter dran kommt schaffst du schaffst nicht mehr auf den ersten das ist ja noch ich habe jetzt mal wieder geschafft und du schlägst mich runter René wäre mit jetzt ein Lauf durchgekommen ist so aber das hat sich ja das hätte er gemacht das hätte er geschafft jetzt schaffe ich das nicht mehr du hast ihn jetzt auch seine letzte Hoffnung geklaut hat doch gern weil klar wenn du hier wenn die die jetzt schon klar war er ist weißt du wenn die die jetzt schon die Hoffnung geklaut wird dann ist es umso besser dass du nicht den niedrigsten Niederschlag leitet er leidest wenn du es am Ende nicht geschafft hast Niederschlag am Ende noch voller Hoffnung ist es nicht schaffst kann sein scheiß gelabert nicht mehr Niederschlag konnte sein fackig gelabert nicht mehr aufhalten ne was hast du gemacht aus dem Chef geschnitten bist du behindert er kann jederzeit reinkommen also er hat mich rausgeschnitten habe ich gehört Spocko Spocko Banning mal bitte passiert sie ich weiß was er macht er bei er sie ja klar kick bei der Operator okay wenigstens nur kick ja ich bin ich bin ich war jetzt hier gerade drunter ja war ja noch gar keiner ich finde auch schon ich habe drunter ist alles wohl die haben voller drüber geschiette ja ich denke sie die für nicht alles aus ja klar ist echt dumm wenn du das glaubst nein ich bin nicht gesprungen oh nicht so premium Mist ach man nee ich stehe so kurz auf vorne aufzugeben ja das nützt ja nichts wenn wir es auch noch nicht geschafft haben wusstet ihr dass ein Blali ein Mauspad mit Titten hat so lustig das motiviert der ist niemals unmotiviert werden ja 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 boah ich will also jetzt gleich will ich irgendetwas machen wo man gar nicht mehr nachdenken muss einfach so ein Baller nein endlich dass die Schaffung wobei er in die Spritze meiner nicht er hat leider gleich einer Box Doppel W hat einer gleich Bock vielleicht stumpf rum zu ballern ich bin nicht behindert ich weiß dass es ist das ist ein das ist ein das ist ein das ist das ist okay jetzt im Ernst Werth das ist komm 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 wir stimmen jetzt ab nein ich bin Gott so weit wer für eine Pause ist schreibt ne eins in den Chat Rini hat Null geschrieben nein Rini hat Null geschrieben 2 ok wir haben warte 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 ich muss ja auch noch was schreiben ne 3 schreibst ne dann machen wir eine Pause da ist ne 3 drin also äh wie sind ne 3 du hast gesagt ne 1 1 2 3 ja wenn jemand hat gesagt bei 1 2 3 machen wir eine Pause die Pause ist vorbei ja ok die Pause ist vorbei dann können wir weiter machen wenn die Pause vorbei ist aaaah aaaah Heeler und Allah ich darf Trottel und Reni einfach nur noch rum kann ich darf ich den Dorftrottel kicken nein ok ernsthaft jetzt ich hätte es geschafft auf jeden ey guck jetzt habe ich sie geschafft doch darüber ach Gott ich weiß ja nochmals mehr wer mich geschlagen hat quasi ich hab die ganze Zeit den Dorftrottel gemacht also so meinst du so hä nein noch behinderter oh so ey das ist so oh Papa ich kack mir nicht an ich weiß sogar nicht wo du bist ey ich guck die ganze Zeit auf Boden und schlage einfach das hat es aber in Ruhe das ist ja das war ich ja das war ich angeblichkeit ja nein Mann ich werde die ganze Zeit aufs Team angeschrieben aaaah und die machen jetzt nicht nach sieht übrigens sehr lustig mit dem Kopf aus aaaah 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 oh Mann ich bin ich nicht ich bin ich weiß kein ich bin ich bin ich bin nein auch scheiße ich bin da auch nicht mehr scheiße ich war ja hier also es wird das erste der hat sich schon zum dritten Mann nicht geschafft nein zwischendurch hast wow super da kann ich sagen ich schaffte Sprung nicht mehr wenn ich zwischendurch man nicht schafft ich meine den Sprung ja auch nicht geschafft aber jetzt bitte auch nach Hause machen nein das sind zwei geschrieben die nächste die nächste Abstimmung ist in 20 Minuten nein die nächste Abstimmung ist in 20 Minuten wer für eine Abstimmung ist wer für eine Abstimmung ist nein das ist die nächste hast du mir nicht zugehört die nächste Abstimmung ja wer für die Abstimmung ist ja zwei gegen einen nein hallo checkst das nicht passiert die nächste Abstimmung ich hab gesagt die nächste Abstimmung hallo halt die Fresse nein hallo hörst du mir überhaupt zu Sarah Klaus leck mich Pazzi ich leck ich nehm nie wieder auf ne